Wie ist es denn, wenn man auf Schalke einen Punkt holt? Natürlich ist es sehr glücklich, wenn man auf Schalke einen Punkt holt. Dann kann man zufrieden sein, auch in der letzten Minute. Das zeigt auch den Charakter der Mannschaft und wir sind auf jeden Fall happy. Ich hoffe jetzt die nächste Zeit, dass ich wieder ein bisschen mehr spiele. Die letzten zwei Spiele wurde ich wieder eingewechselt. Vielleicht demnächst mal wieder von Anfang an, das wäre auf jeden Fall gut. Klar, die spielen überragenden Fußball zurzeit, aber wir wissen auch, wie wir im Weserstadion spielen mit den Fans. Ich denke mal nicht, dass wir da Chancen los sind, dass wir da was holen können. Wir werden auf jeden Fall Gas geben und dann gucken. Ich denke, wir haben sehr gute Verteidiger, die sich auf ihn einstellen werden und ihm das Leben schwer machen werden. Dann gucken, ob er wieder ein Tor schießt oder diesmal keins macht.